Eine Periduralanästhesie ist eine rückenmarksnahe Anästhesie. Das bedeutet, wir betäuben in der Nähe des Rückenmarks besondere Strukturen, Nerven und wir können dadurch vor allem eine Schmerzerleichterung schaffen. Das heißt, viele Frauen kennen das zum Beispiel unter der Geburt. Die Periduralanästhesie ermöglicht den Geburtsschmerz erträglicher zu machen und zu mindern. Wir setzen die Periduralanästhesie aber auch bei anderen Operationen ein, zum Beispiel bei großen abdominal-, also bauchchirurgischen Eingriffen. Auch da können wir zusätzlich zur Allgemeinanästhesie die Periduralanästhesie zur Schmerztherapie und Schmerzlinderung einsetzen.